Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Sport in Schwerin. Heute mal aus der Kessner Sporthalle. Wir begleiten den SV Post, Telekom Schwerin, gegen den Güstrower HV. Viel Spaß bei der E-Jugend und wir sehen uns bald wieder. Die E-Jugend. Die E-Jugend und die E-Jugend. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020